so hallo leute und herzlich zu einem neuen guide von mir und wir machen direkt weiter mit düsternis und zwar haben wir skallis niedergang gemacht das letzte mal das verlinke ich euch mal oben in der ecke und heute machen wir marionettes niederlage dafür müssen wir hier bei lornas pass bin ich gerade zu der weg marke wintertausch schneefeld und wir laufen dann hier zu dieser panorama und dort müssen wir damit zu einem überbleibsel von skallis krieger glaube ich oder skallis waffen interagieren und dann haben wir auch schon die trophäe leute das ist eigentlich alles ihr seht hier schon das ist so ein überbleibsel von der lebendigen welt staffel eins dann müssen wir einfach nur reagieren wir müssen nicht zu dieser weg nach hoch laufen sondern es reicht schon wenn wir hier einfach ein bisschen hochklettern und dann können wir auch schon das ding untersuchen und ihr seht zack wir haben die nächste trophäe leute das war es auch schon das ist marionettes niederlage sozusagen wir sehen uns die tage wieder bis dahin leute und tschüss